Es ist Tag 5 unserer Alpenüberquerung. Ein Tag, der mit einer schlechten Nachricht beginnt. Platt gemacht vom bekanntesten Virus der vergangenen zwei Jahre, muss Hannah die Tour an diesem Morgen abbrechen. Wir starten also zu viert und mit einem komischen Gefühl in den Tag. Zunächst rund 270 Meter hinauf auf fast 3000 Meter über Seehöhe, dann wieder 350 Meter hinunter über ein kleines Schneefeld. Wir stoßen schließlich auf eine Station an der Bütztaler Gletscherstraße. Dort steigen wir in einen Bus, mit dem wir für ein paar Kilometer fahren. Auch Hannahs Mann David verlässt uns nun. Wir sind jetzt also nur noch zu dritt. Für Pia, Paddy und mich lautet nun die einzige, aber eiserne Mission an diesem Tag. Heile ankommen an der Martin-Busch-Hütte. Da waren es nur noch drei. Vom Punkt, wo wir aus dem Bus ausgestiegen sind, geht es für uns nun über eine Distanz von acht Kilometern bis nach Boddenegg bei Sölden. Zunächst durch den Wald, später auf einer Teerstraße, dann wieder durch den Wald. Das Gelände ist weitestgehend unschwer zu passieren. Nur ist es teils heute etwas rutschig, denn das Wetter hat es nicht so mit uns. Wir werden begleitet von Schauern, mal stärker, mal weniger stark. Da heißt es für uns also wieder, Ponche überziehen und weitermarschieren. Kurze Ansage, Nils. Wie ist die Lage? Wir haben zwei Leute verloren und es regnet. Gut. Gut, reicht dann auch. Von Boddenegg steigen wir nun noch einmal für ein paar Kilometer in einen Bus. Angekommen im Ort Wendt haben wir nun den letzten Teil unserer heutigen Route vor uns. Ein acht Kilometer langer und gut ausgebauter Weg führt uns auf unschwierigem Gelände bis zur Martin-Busch-Hütte auf eine Höhe von gut 2500 Metern. Die Regenwolken haben sich mittlerweile verzogen und wir freuen uns über ein paar Sonnenstrahlen. Nicht mehr weit entfernt sind wir nun auch von der österreichisch-italienischen Grenze. Überschreiten werden wir sie aber erst morgen. Mit Biobasisöl. Mit Biobasisöl verdünnt? Von Seitenbacher? Was ist das Statement, Nils? Äh, wir essen jetzt Magnesium, weil es noch da ist. Und wir nichts anderes mehr haben. Und wir haben Hunger. Nee, Spaß. Aber ich hab hier, Alter, ich hab hier noch ein Energy Cake Schokobanane. Heftig. Na, passt zum Kaffee trinken. Oh? Super. Haben wir Kaffee? Hm, gleich nicht. Hier, warte. Ja? Auf Biobasis. Goil. Shot. Oh Junge, das ist echt ein Shot. Da muss ich suchen. Ach. Oh. Oh. Ja, wir sind jetzt an der Martin-Bursche. Wir sind an der Martin-Bursche da angekommen. 2.501 Meter über See-Ebene. Und ja, im Hintergrund die Berge natürlich und viel Weg, den wir hier gerade hochgegangen sind, aber zwar ein spannender Weg, ein breiter Weg, keine Kraxelei, sondern ja, ist quasi mehr oder weniger so, Schatterstraße, ne? Mhm. Anders als sonst. Mhm. Schauen wir mal rein. Mhm. Wir werden uns anmelden mit unseren, äh, ja, wir sind jetzt ja nur noch zu dritt, also müssen wir mal fragen, wie es läuft, wenn wir zwei Leute hier zulegen sind. Genau. Mhm. Mhm. Und Nils. Mhm. Und, ähm, wir sind vorhin dann stehen geblieben, dass es heute ein ziemlich, ähm, wollte schon sagen, zerzauchter Tag war, aber im Sinne von, es waren viele Erlebnisse. Mhm. Und viele davon waren, ja, wir wollen auch nicht so negativ einsteigen, aber es war ein ereignisreicher Tag, oder? Es ist viel passiert. Okay, äh, und, äh, an der Hütte, Braunschweiger Hütte, wo wir losgelegt haben, ist schon gleich, äh, ja, da ist eine Person von uns gegangen. Da sind wir aus allen Wolken gefallen, ne? Ja. Ja. Was ist passiert? Ähm, Hannah ist, äh, krankheitsbedingt ausgefallen, sie konnte nicht weiter, hat sich schon, ähm, vorabend bei Ankunft einer Braunschweiger Hütte nicht so gut gefühlt. Dann haben wir erstmal gesagt, warten wir ab, wie es morgens ist und, äh, es ging nicht weiter für sie. Das war wirklich bitter, ne? Weil wir mussten überlegen, beziehungsweise David auch, ihr Mann, äh, was sind die Optionen, wenn es jetzt wirklich nicht mehr weitergeht, weil wir waren auf fast 3000 Meter Höhe. Und, äh, es ging entweder hoch oder runter, aber es war jetzt beides kein Zuckerschlecken. Genau, also entweder den Weg, den wir aufgestiegen sind am Vortag, das waren, wie viel Höhenmeter? 1000, oder? Also das undenkbar in ihrem Zustand und, äh, die Etappe weitergehen bis zum nächsten, äh, Bus halt. 200 Höhenmeter hoch, 300 runter, aber sehr anspruchsvoll, sehr steil. Schwarze Route und schwarz ist, also die Schwierigkeitsgrader. Wirklich? Rot, schwarz, also schwarz wirklich am schwierigsten. Teilweise auch wirklich glitschige Stellen vom, äh, Eis überdeckt, vom, vom Schnee überdeckt, da, das hätte ich auch nicht zugetraut. Also im Krankheitsfall nicht zugetraut? Genau, genau, richtig. Das heißt, die einzige Option war, den, äh, Rettungshubschrauber zu rufen, die Bergrettung zu benachrichtigen. Ähm. Was waren das für Szenen, die sie Tag gespielt haben? Nun, die sind gekommen, ne? Wären sie nicht gekommen, wäre die andere Option gewesen, dass sie auf den Hütten bleibt, ne? Und, äh, keine Ahnung. Warten, bis sich irgendeine Option ergibt. Aber, Gott sei Dank kam er und es haben sich dramatische Szenen aufgestellt. Nein, also, der Hubschrauber kam, sie kamen in voller Montur raus. Ähm. Hanna ist eingestiegen. Ähm. Ihr Mann, David, durfte nicht mitkommen und, äh, musste ergo mit uns weiterreisen. Also erstmal über den Berg rauf, dann wieder runter. Genau. Also hieß es Abschied nehmen von der ersten Person aus unserer Gruppe. Von Hanna. Aber mittlerweile gute Neuigkeiten, geht sie wieder gut? Ja. Das, äh, darüber freuen wir uns zumindest, dass es ihr gesundheitlich besser geht. Mir war zuviel übrig, dann haben wir einen Aufstieg gemacht, äh, muss ich schon sagen. Höhe teilweise, also es waren schon ausgesetzte Stellen. Das heißt Stellen, ähm, ja, wo dann halt links, äh, da ging es bergab, äh, ziemlich weit runter. Und war schon, äh, schwummeriges Gefühl teilweise, dass ich da so hatte. Und, ähm, dann waren wir oben auf dem Berg ungefähr bei fast 3000, bei 2.990 Höhenmetern. Also nochmal, ich glaube über 200 Meter über der Braunschweiger Hütte, wo wir übernachtet haben. Sind dann von dort runter. Mhm. Und teilweise über Eis. Und, ähm, ja, dann ist, äh, auch noch ein folgenreiches Ereignis passiert. Dass er sich bei der Paddy niedergeschlagen hat. Das waren auch wirklich hier dramatische Szenen. Dramatische Szenen. Ja, wirklich. Ein Tag, der, äh, sehr ereignisreich war. Sehr viel, äh, unvorhergesehenes ist passiert. Wir waren, wie gesagt, dann bei dieser, äh, bei diesem Abstieg, wo es dann doch relativ rutschig war aufgrund der Schneebedeckung. Da wo Nils mir sogar noch sein, äh, Bannerstock geliehen hat, damit ich mich da mit, äh, zwei Händen irgendwie abstützen konnte beim Runtergehen. Also wirklich auch die Steigung bisher das extremste. Und ich finde auch mit von der gesamten Tour der extremste Abschnitt, äh, dieser Abstieg. Also da hatte ich schon leichtes Flattern, sag ich mal. Ähm, und als wir das überstanden haben, äh, kurz danach ist es passiert, ne? Kurz danach ist es passiert, äh, sehr, ähm, sag ich mal, äh, ja, lockeres Geröll, größere Steine, die da standen. Da bin ich auf einem lockeren Stein ausgerutscht und hab mir die, äh, Bade einmal aufgerissen. Fünf Zentimeter langer Cut. Genau, ähm. Hat geblutet. Hat geblutet. Wir hatten Gott sei Dank gerade, äh, 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 ä Also gespürt habe ich ehrlich gesagt nichts. Erstmal natürlich ein Schock, kurz Adrenalin. War schon ein komisches Gefühl wahrscheinlich. Also ich habe nur hinter mir gehört, so ein Abrutschen. Ich habe gefragt, Paddy, alles gut? Paddy hat gesagt, ja. Ich dachte so, weil ich erstmal selber nach vorne fokussiert war, weil es war ja auch Geröll und so weiter, waren nur kurze Steinebewegungen quasi, die man so gehört hat. Genau. So zwei, drei Meter hinter einem. Paddy meinte, alles gut. Gut, ich erstmal weitergegangen bis da, also zehn Meter, bis da eine ebene Fläche war. Und dann haben wir uns das angeschaut und da war wirklich ein, ja, einfach ein aufgeschlitztes Bein. Relativ auch, ja, sag ich mal, nicht so oberflächlich, wie man es sonst von so Schürfwunden kennt. Schon etwas tieferer Schnitt, aber auch nicht ganz so tief und deswegen Kompresse drauf. Vorher nochmal schon. Desinfiziert, natürlich. Natürlich. Kompresse drauf und dann mit Muldbinde umgebindet, fressgeklebt und, ja, den haben wir jetzt gerade nochmal neu verbunden. Ja, wir haben jetzt den Verband gewechselt, wurden es wieder aufgegangen, weil die Kompresse da geklebt hat. Haben nochmal desinfiziert, neue Kompresse, einmal Muldbinde drum und jetzt Müllbeutel für Duschen, damit es dran vorbeiläuft. Auf der Hütte alles soweit in Ordnung, würde ich sagen, also Essen ist gut, Duschen gibt's, drei Euro, drei Minuten, warm Duschen ist auch nicht bei jeder Hütte so selbstverständlich gewesen. Bei der Camp, da gab's ja gar keine Dusche. Ja, das stimmt. Ja, hier eben noch mit einer anderen Wanders-Truppe ein bisschen Karten gespielt. Ja. Man lernt die Leute irgendwie kennen, ne? Hier ist man gut zusammengekommen, ja. Das heißt, jetzt für uns, das war Tag 5, morgen geht's zu Tag 6, das wird die hoffentlich entspannteste Etappe, weil, ich muss sagen, mittlerweile sitzen die Schmerzen doch echt tief in den Gliedern. Ja, durchaus. Ja, das heißt, ich glaube, viereinhalb Stunden sind's, geht's halt nach Vernackt-Stausee, das ist irgendwie, kurz für Miran, von dort an noch mit dem Bus zum Airbnb, wo wir zwei Tage lang... Nackt in den Pool springen. Nackt in den Pool springen, ja. Ja, und, äh, uns bräun, wollte ich schon sagen, aber wir sind eigentlich schon relativ gut gebräunt von der Bergstrahlung. Ja, gerötet. Ja, von daher, äh, auf eine entspannte Zeit einfach am Heran, ne? Sehen wir uns, ja. Sehen wir uns. Basta, Pizza und Wein. Gebt uns ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert und, äh, bleibt uns treu, auch bis zum nächsten Video, ne? Wir haben schon wieder so 10 Minuten Semen. Ist so. Ah! Oh, wir werden immer detaillierter, irgendwie. Das ist so. Vielen Dank.